Halli, Hallöchen, willkommen zurück bei Starbound. Ich wollte wieder Don't Stuff the Giver sagen. Das Zweier-Trio. Das Zweier-Trio. Der Dritte hat sich verabschiedet. Wie ihr seht, ist man im Moment ein bisschen leerer geworden. Ich habe einiges weggeräumt, da rein, weggeschmissen, bla bla, co. Und was ich jetzt machen möchte, sind die Questen. Foodfight. Wir sollen uns einen Bogen bauen. Das habe ich alles nicht aufzeigen gemacht, weil warum auch. Dann habe ich halt nichts mehr zu zeigen. Bogen? Bogen? Bogen. Ich finde den Bogen nicht. Vielleicht soll ich nicht beim Amboss gucken. Richtig. Hunting Bow, da. Kannst du auch einen Sperr machen, der das lieber ist, ne? Nö. Bau. Zack, Kraft. Sag mal, Bow. Da, the Bow. Beam, hauen. Jetzt muss ich noch irgendwas finden, was mal essbar ist. Wir haben uns ein bisschen gegenseitig geholfen. Mehr ich ihm. Er brauchte bestimmte Ressourcen, die habe ich ihm gegeben. Also nicht wundern, wenn bei mir irgendwas fehlt. Außerdem habe ich mir noch gerade zwei Spitzhacken gemacht, damit ich hier noch schneller ein paar Ressourcen stibitzen kann aus dem Planeten. Und ich habe keine Ahnung, was er gerade macht. Ja, ich buddel mich mal wieder kreuz und quer durch die Gegend. Ah, ja. Ich brauche ja noch Gold und ich glaube, du kriegst noch ein bisschen Silber von mir, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Also, du musst ja nicht erzählen, dass ich dir mit dem Messer in die Kehle gegangen bin. Ah ja, wir sollten vielleicht einführen, dass die Kisten, die leer sind, die wir einfach mal entfernen. Jetzt muss ich echt wieder zurücklatschen, ey. Warum? Die Kisten abhauen. Nein, ich meine nur für das nächste Mal. Jetzt habe ich ein Fleisch gekriegt, das muss ich nur braten, oder wie? Aus Feuer hauen, ja. Auf was für einem Feuer? Auf dem Reicht? Kämpfeuer. Muss echt ein Kämpfeuer sein? Kämpfeuer, ja sicher. Normaler Ofen reicht nicht. Ne, den Ofen baust du ja erst danach. Oh ja, wir sind zu primitiv und müssen Fleisch kochen. Doch. Gratulation, ja, ich bin so super. Oh, ich habe glaube ich mehrere Quästen gerade übersprungen. Echt? Warum? Ja, irgendwie haben wir mehrere Quästen, ja. Ich bin jetzt bei Forcing Ahead. Iron Anvil. Ja, ist so gut. Jetzt sag mir nicht, ich muss doch einen craften. Bitte. Ich will nicht noch einen craften, ich habe doch schon einen. Hey, fertig. Hey, nächste. So ist der Manns schnell leveln. Also leveln ich. Spring, spürt ihr links? Ich habe keine Questen mehr. Ja, ich auch. Quatsch, meine ich brauche Computern. Ah ja, diese komischen Dinge abgeben, ne? Repair Ship Instruments. 20 Core Frequence. Oh, warte mal, die habe ich doch. Geile Animation. Ja, stimmt, du hast recht, die ist wirklich geil. Upgrade. Tempars of Cooper. Hier, nimm sie. Tempars of Silver. Habe ich nicht. Du schuldest mir Silber. Habe ich genug Silber? Warte mal. Wie viel bräuchte ich? Zehn, ne? Mit neun Stück würden mir fehlen jetzt. Neun Barren. Hm. Ich habe zehn Ohr. Ich habe ein Ohr. Also ich habe eigentlich zwei, ne? Links, eins, rechts, aber... Ja. Die zählen ja wieder nicht. Die zählen ja wieder nicht. Da mache ich mir eben schon die Spitze kaputt und buddel mich wieder straight in den Boden. Und wir brauchen Silberohr. Na gut, das erklärt, warum ich so viele Spitzhacken wahrscheinlich gebraucht habe. Weil man wahrscheinlich einfach nur das Ding jetzt aufpultest, weil vorher war es der Schwachsinnig am Nachtzeit. Ja. Das geht aber ganz gut. Ja, ne. Das hat den Silberupgrade oder so. Welches Silberupgrade? Dass ich mir gerade von deinem Silber gekauft habe. Hätte ich dir nicht geholfen, hätte ich es. Ich suche ja schon Silber für dich. Ich buddel einfach gerade ein tierisches, langes Loch und ich sehe nur Wasser. Ich glaube, ich erstick reich. Ich wäre ja für so eine Art Nachtsichtgerät, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und ich wäre für... Gibt es jetzt so einen leuchtenden Rucksack? Ja, ich meine, ich glaube, irgendwas gab es. So eine Fackel, glaube ich, war da dran. Alter, wie lange braucht die denn bitte in Luft zu holen? Ich bin jetzt für eine Viertelstunde nicht mehr im Wasser. Er atmet ein bisschen über die Haut, ey. Braucht ein bisschen länger alles. Hier hat ja einer vor kurzem runtergegraben, sehe ich gerade. Da hat er so einen schönen Tunnel. Steht da eine Fackel neben? Ne, da sind mehrere Fackeln. So ein schräger Gang ist das. Nicht von mir. Na, Georg wahrscheinlich. So schräg jetzt er auch sein mag, ich sollte vielleicht mal den Timer stellen. Und ich sehe gerade nicht, worauf ich schlage, denn ich habe gerade auf meine Idee geschaut. Ich habe einfach gedrückt gehalten. Boah. Kaputt machen kannst du hier, glaube ich, nix oder so. Doch. Echt? Braucht man noch. Weiß ich nicht. So, Torches. Ganz viele Torches. Tita Torches. Also du brauchst Gold, ich brauche Silber. Danach brauchen wir bestimmt Diamanten. Ja, ne, wäre möglich. Ja. Wahrscheinlich gibt es die hier noch gar nicht. Doch, ich habe ja schon welche gefunden. Achso. Oh, ich habe Silber gefunden. Ne, guck doch mal im Ofen, was man so alles kräften können. Äh, gerade nicht. Gerade kann ich gar nichts kräften. Gerade, gerade irgendwie nicht so. Ich habe hier gerade auch keinen Ofen oder so. Ja. Ich hätte jetzt 13 Silber-Ohr für dich, wenn du brauchst. Ich hätte jetzt auch 19. Aber wir brauchen ja noch ein bisschen Gold für dich. Sonst bringt das ja uns beiden nichts. Verdammt. Ich habe eine Kiste gefunden. Die nehme ich mal mit. Klasse, Kopper in der Kiste. Ja. So, erstmal die Plein, platt gemacht hier. Weiter geht's. Oh, noch eine Kiste. Die nehmen wir da auch gleich mit. Auch noch sieben Eisen. Äh, Gold, gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt. Überart, der. Warte, ich kann Karate. Blöden Viecher greifen mich hier an, gerade. Aber die Rüstung schützt ganz schön, ne? Ich habe Muster. Weiß ich nicht. Wieso hast du noch keine? Doch. Hast du noch keine Gegner gehabt? Die sind aber nicht nahe noch an mich rangekommen. Ja gut, du hast ja einen Fernkampfwaffen, ich nicht. Kannst du eigentlich welche herstellen? Ja. Fernkampfwaffen? Ich kann, ja. Vielleicht besser, dass du mir welche herstellst. Ach, willst du einen haben? Warum nicht? Ich meine, ich schnackle, wie wir sind. Ich gucke gleich, weil da steht alles oben auf meinem Schiff. Ja, wir müssen uns ja irgendwann mal treffen, ne? Wenn ich dein Silber brauche und du mein Gold. Oder andersrum. Wo ich einfach alles von dir nehme. Dein Haus, deine Frau, deine Kinder. Ich habe ein Haus? Ja, weiß noch nichts von. Ich habe nochmal vier, äh, drei Gold gefunden. Also, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 14 Barren und fünf Erz. Sollte reichen, oder? Für deins, ne? Ja. Nee, für dich. Wie viel Erz brauchst du denn noch? Gold. Für deinen Upgrade. Warte. Ich brauche noch, äh, sechs Erz. Ja, habe ich locker. Warte, ich habe hier gerade noch eine Goldader gefunden. Aber du brauchst auch 10 Barren, ne? Ja, ich habe ja 14. Ich habe 14 Barren allein schon. Ja, dann. Warte, ich muss mir irgendwie nur sch... Ähm. Unbekannt, äh, nach oben kommen. Aua, ich kriege auf einmal Schaden. Aua, ich kriege ja schon wieder Schaden. Oh nein, Gott. Ich bin voll am Schaden, nach oben zu kommen. Dafür verliere ich aber... Äh, eine Menge Pixel. Eine Menge, eine Menge Pixel. Ja, ist kein... 30 Prozent, ne? Ja. Na, kommst du her? Ja, wenn ich irgendwie nach oben komme. Free as a bird. Now I can visit the planets within his solar system. I need to start looking at repair my full life. Was? Du kannst ergeblich einen Planeten... Ach du, du kannst woanders hinfliegen schon. Echt? Ich nicht. Ja, doch. Kann ich. Ich kriege ja nicht mehr full. Im gleichen Solarsystem. Na gut, ich kriege auch keinen full hin. Musst du den full haben, um mich vorhin hinzukommen? Ja, wir haben ja gar nichts im Moment, ne? Also ich habe es gerade noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir auch... Äh, was haben wir denn hier? Ich versuche einfach mal den da. Ne, du kannst hinfliegen. In dem gleichen Solarsystem kannst du hinfliegen. Ich fliege gerade zu meinem Planeten. Mein Schiffen sieht aber immer noch genauso kaputt aus wie vorher. Dein sieht repariert aus. Echt? Ach ne, meins ist hinten kaputt nur. Das wird wahrscheinlich auch hinten kaputt sein, ne? Ja. Der Entrieb ist halt im Arsch, ne? Ja, es ist... Angeblich. Ja, angeblich. Deshalb ich jetzt nicht verstehen kann, dass wir hier reisen können, also... Ja, du kannst nur in den nächstgelegenen System reisen. Ach, weißt du, was ist das nächste, was du brauchst? Zehn Goldbacken und zehn Titanenbacken. Ja. Weil ich habe den gerade beide abgegradet. Ich hatte auch genügend Silber. Ich habe 21 Gold immer noch. Ich bin gerade inkompetent, hier rauszukommen. Das ist nicht schlimm. Aber Holz kannst du damit nicht so unbedingt schnell abfahren, hm? Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, also... Kam ich hierher? Ich habe einen Terra-Planeten irgendwie hier. Ah, und Gegenwind gibt's auch. Hier sind Toilettenhäuschen. Warte, das Toilettenhäuschen nehme ich mit, das ist geil. Da wohnst du jetzt drin, ne? Ja. Oh, ich habe eine Untergrundbasis gefunden. Ich war voll kacke! Ich war voll kacke! Ich weiß nicht, wie ich mich gern kacke werden soll. Draufhauen. Gott, aus der kacke wurden noch mehr kleine kacke! Ich bin tot! Ich wurde von kacke angegriffen. Die Monsterkacke! Das ist die Monster... Monsterparty... Ähm, was packst du denn jetzt hier aus? Kennst du das nicht? Doch, aber was ist das nochmal? Äh, Ärzte. Ach. Die Monsterparty von den Ärzten. Oh, Alter, die kacke ist richtig mies. Die geht in meinen kleineren Kackhäuchchen. Was ist denn? 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 Was ist denn hier los? Ich bin so im Untergrund, äh, Ding. Da kommen Spinnen mit Flammenwerfern, da rießen die Schleimmonster mit Kacke scheiß. Und ich habe ein Klohäuschen. So, du sagst, ein Anvil. Anvil kann ich nicht so viel craften. Brickney Stick. Hunting Knife. Hau. Hä, was habe ich mit dem Anvil gesagt? Was? Anvil. Kann man extrem viel craften. Nö. Auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht, was du da gehört hast, aber... Gerade hieß es noch. So. Ich kann dir so einen Revolver machen. One-Handed-41 Schaden. Jo. Warum nicht? Oder lieber eine Winchester, zwei-Handed-40 DPS. Abwählen wir mit den Zweihänder hier. Einhändig. Sowas kommt mir nicht in die Tüte. Ich kann mich in den Toilettenhäuschen verstecken, während ich meine Taschenplünder. Äh, den Schrankplünder. Mhm. Sechs hier, Mann. Mission. Ach, Mission gibt's auch noch. Schau mal, Tech. Äh. Stronger Locker. Äh, guck mal, du kannst den Locker upgraden, ne? Wo soll ich rein? Storage Locker. Du kannst die beim Pixel-Ding, kannst du die upgraden. Du kannst dir so einen Storage Locker noch irgendwo hinsetzen, noch einen. Okay. Hängt? Ich glaube, ah ne, der hat nur extrem lange gebraucht. Ach, das ist nochmal so ein 48-Teil, denn du brauchst überhaupt keine Kisten mehr auf dem Schiff, ne? Cool. Du kannst das ganze Schiff nur mit diesen Lockern zu klatschen. Aber es sind 48 Stück rein. Ja, ich hab mir auch noch einen zweiten gesetzt. Ein bisschen kleiner als der eine, aber... Schau mal, Tech. There you can upgrade. Ach, guck mal, bouncy! Du kannst schon Tech-Sachen holen, ne? Ach, du brauchst ne Tech-Card. Diese Karten, die wir jetzt haben, konnten wir, hätten wir jetzt... Hätten wir ne Tech-Card, hätten wir das umlocken können. So. Interessant. Ey, das Klohäuschen passt dann richtig geil. Warum? Aua, aua, aua. So zum Western-Style? Ich bin mit dem Klohäuschen. Du brauchst Gold? Du brauchst Gold? Gold gegen Waffe? Waffe gegen Gold? Oh, so bescheißt man die Einwohner. Typisch Amerikaner. Hätte ich jetzt erschießen müssen. Was? Kurz davor hast du die Waffe noch fallen gelassen. Du weißt, ne? Restgold kriege ich wieder. Restgold? Was? 21! Boah, die braucht ja Laken hier nachzuladen. Ähm, ich habe grad R gedrückt. R! We reload. Kennst du nicht R wie reload? Ja. Ja, genau das hab ich gedrückt. Hast du nochmal 10 Titanium-Barren für mich? Ich hab das niemal, wo man Titanium-Barren R kriegt, das ist das Schlimme. Wahrscheinlich aus dem nächsten System, oder? Ja, da kommen wir ja nicht hin. Wo bist du denn jetzt? Hä? Jetzt komm hier hin, Alter. Wie? Ich will dir den Gold geben. Ich bin hier. Hä? Okay. Wieso kann ich mit der Waffe nicht schießen? Warum hab ich jetzt 28 Gold? Wieso nicht? Hab ich das Ding jetzt abgegradet? Ich komm gleich wieder. Ist die langsam, die Waffe? Die ist langsam, aber war jetzt nicht in der Achtung. Schätze ich noch. Schätze ich noch. 45 Schaden macht ihr oder was, ne? Äh... Ja, 54. Äh... Wie viel Gold hattest du mir grad gegeben? Äh... 21, glaub ich. 25, 20. Also musst du minus 10 rechnen, ne? Nö. Dann hatte ich wohl doch mehr Gold als gedacht. Okay. Äh... Der Planet hier ist extrem kacke. Das ist ein Ter-Planet. Der ist verdammt dunkel, meinst du? Ja, und hier ist dieses Abwasserkanal. Wo mich die kacke angegriffen hat. Aua. Komm, Johnny! Hä? Wieso krieg ich die Waffe nie ausgerüstet? Ah, jetzt. Ah, kacke! Ich weiß, was ich nicht mein. Die kacke wird immer schlimmer. Guck mal, was ich für ein Grinsen drauf hatte. Das ist das Schlimme. Ach Gott, Alter. Die tut dir auch noch richtig weh. Ich weiß. Jetzt hab ich dir vier Stück von, ne? Komm zurück, Johnny! Warum rennst du weg? Hallo? Hm? Da hinten ist so ne blöde Spinne! Flammenwerfer Spinne! Was gibt was du hast, Alter? Gib doch direkt um die Kacke! Mach mir mal Licht hier! Hä? Es ist so dunkel! Hä? Du Arsch! Kannst ja beides tragen! Ja! Ja! Revolver! Du wolltest ja unbedingt die... Hm. Entfällt! Du wolltest ja keinen Revolver! Es ist aber der... Komm, wenn du rückwärts läufst, du läufst ja auch langsamer, wie ich wusste ich! Oh nein! Falscher Revolver! Guck mal da! Ein böser Gegner! Er werft mir Kacke! Schnell! Nein, die Kacke rafft die Hand! Ich habe keine Energie mehr! Mach mir Licht, Alter! Du hast ja selber Licht, sassi! Ja, aber nicht, wenn ich die Zweihandwaffe hab! Verbände! Auf Verdacht! Einfach irgendwo hingeschossen! Irgendwas getroffen! Ich treffe irgendwas! Ja, mach mal Licht dann! Ich find Licht grad nicht! Ich hab aber leider... Keine Fackeln mehr! Das ist ne riesige Schmeißfliege! Ich beschütze dich aus sicherer Nähe! Äh, sichere Entfernung, entschuldigung! So sieht das also aus, alles klar! Meinst du, das ist die neue Gegend, wo wir hin müssen? Weiß ich nicht! Was sagt denn dein Boardcomputer? Dass ich irgendwas sammeln soll! Erkius... Dingens? Keine Ahnung! Ich sterb grad! Weil ich soll so Erkius-Kristalle sammeln und dafür soll ich durch irgendein Portal gehen! Was für ein Portal? Irgendein Gate? Keine Ahnung! Ich bin tot! Hä? Ich bin auf dem Planeten sofort gelandet! Äh, mein Boardcomputer sagt... Upgrade? Nein! Chip Repair! Er... Erkius-Kristalle! Von somewhere I can repair our life! Alles klar! Ich hab das Gate gefunden! Wo bist du? Auf meinem Schiff am Steuerdingens! Auf dem Schiff! Lass mir raten, das ist irgendein Punkt oder so? Irgendein Punkt, der hier ist, aber ich komm leider nicht... Äh... Wo bin ich denn eigentlich? Kann ich mich aber leider nicht hin... Bewegen! Wieso nicht? Weiß ich nicht! Weil ich total falsch bin! Hä? Wie kamst du auf diesen Gate da hin? Ich weiß nicht! Ich hab irgendwie rumgeklickt und dann war das in dem Sonnensystem das ich mir angeguckt hatte! Gamma Harmless... Ah, Seifriggeist includes... Das doch! Ich kann hinfliegen! Jetzt! Ich flieg grad zum Gate! Ich hab Gamma Alpha... Thyrios! Ich hab keine Ahnung wie das Ding hat, sie fliegt grad hin! Ich auch! Jetzt auf einmal! Ich hab 45.000 Mal draufgeklickt, jetzt geht's! Ah ja, ich versteck mich mit dem Clow! Die Dampflock fliegt los! Ja! Ich versteck mich mit dem Clow! Aber die Reisen sind extrem kurz auf einmal, ne? Ich meine, die waren damals länger! Wir sind im selben Sternensystem, ne? Ja, gut! Das kann doch ein Ding! So, ich kann nach unten! Äh... Theorie... Wow, das sieht echt cool aus! Outpost! Cancel! Piu! Piu! Ähm... Der hat mich jetzt wegtherapiert ins Nirgends! Hier ist ne Tankstelle! Was? Hier ist ne Tankstelle! Der hat die verkörte Konflikte! Bleib mal stehen! Ja, guck mal! Liquid Eriot Fool! Das da brauchen wir noch! Schokolade! Brauchen wir diese Fool da unten? Guck mal hier! Nehmen an! Bei... Meins! Meins! Das ist geil! Meins! Oh, guck mal hier! Kann man sogar spielen! Stärke... Hier kannst du dir Quest holen! Hier kannst du dir Quest holen! Echt? Ist ja voll geil! Jo, bei denen da! Ne, bei den Typen hier! Äh... Guck mal hier! Bei den Automaten kannst du auch was machen! Bei den Automaten links! Alter! Ist ja fast schon wie der eigentlich das RPG schon, ey! Was hab ich denn alles verpasst, ey! Was haben wir alles verpasst? Ist ja voll geil! Design! Was ist das denn? Keine Ahnung! Ich würd da nicht deine Waffe rausholen! Ach, die Türen öffnen sich automatisch, glaub ich sogar! Ja, ich mach die nicht auf! Ich lauf einfach durch! Was haben wir jetzt hier? Da! Du abholierst grad alle... Hä? Alle Kisten, kann das sein? Ich hab grad mal in eine reingeguckt! Warum ruckelt das bei mir? Ja, das merkt man! Dein Charakter läuft immer so schrittweise! Hast du hier hinten raus schon mal geguckt? Nee! Komm mal hier auf die anderen! Was ist das denn? Wie die Güter aussieht! Ey, ich seh's ja! Legale Güter! Die kann man leider nicht abbauen! Was versteht man denn? Planeten tickt? Kannst du auch nicht! Ich glaub die sind protected! Sollen wir jetzt etwa diese Liquid kaufen? Ich hab mir das grad gekauft! Ich geh jetzt zurück zu meinem Schiffen... Nein! Du kannst dich gar nicht zurückbeben! Du kannst dich gar nicht zurückbeben! Ja, deswegen lauf ich grad zum Portal zurück! Guck mal, da ist Leslie! Ich nehm den Hund mit! Das ist ein Pinguin! Got a ship! You should check out the Pinguin Bay! Oh Gott, der Pinguin will mir was verkaufen! Die sind feuerlich! Hier find ich die Express! Okay, ich hab die auch mal mitgenommen! Bist schon wieder zurück, da? Ja, ja! Geht! Was ist Crap ey! Weißt du, das ist... Sowas gibt's schon! Und, war das etwas sowas? Stammt! Wir brauchen davon die Kristalle! Ja, wie kriegen wir die? Ich hab gar nicht... Weiß ich nicht! Was haben wir in der Quest gekriegt, ne? Bug... Hand! Was hätten wir dafür gekriegt? Da hätten wir irgendwas für gekriegt! You... Ähm... Ich kann dir eine Iron-Crafting-Table und zeige dir, äh... How to do it yourself! Oh! Iron-Crafting... In der Bugnet! Wir müssen Bugnet! Wir müssen Bugnet herstellen! Bugdat wie Bugnet! Bugnet da! Oh, Fabric brauchen wir dafür! Wo kriegt man das Bestes denn? Da! Scheiße! Woodplanks! Woodplanks! Wo sind Woodplanks? Ha! Bäm... 42 hergestellt! Dann ist Jan Spinner! Hergestellt! Hergestellt! Hergestellt und aufgestellt! Was machen wir jetzt eigentlich mit dem blöden Fuel? Zur Not ist das wohl ein guter Treibstoff, hab ich so gelesen, ne? hast du so gelesen wagnert wo kriegen wir jetzt ein käfer her also ihr wisst ja wohl schlecht hier auf diesem planeten käfer krieg ich kann ich nicht benutzen schlicht so aus ja ich muss im einen muss jetzt zurückfliegen ich bin gerade dabei ich fliege zu unserem ich auch was passiert ich glaube es kommt davon weil wir so viel miteinander reden ja ist so langweilig sonst der hätte jetzt auch gut einer stehen bleiben ein Block you can throw habe ich ein Inventar was ein Block you can throw ja ein Block den ich werfen kann schön komm lass mich auf den Planeten jetzt mach fertig bin schon da erster alles meins alles meins ich weiß keine Ahnung wie die Käfer aussehen soll ich versuche einfach alles wenn man weg läuft zu fangen also das schonmal nicht gut das nicht also die Gegner sind schonmal nicht ich nicht ins Loch fallen ich habe keine Ahnung was man fangen soll die Geräusche sind nochmal hammer geil jetzt ne wo kriegen wir zum back her so müssen wir nur da und starf spielen na ich habe keinen blassen Schimmer ich laufe hier rum und schlag die ganze Zeit mit dem backen ja du mich das ich eigentlich schon irgendeiner von uns bei der insel umrundet ich weiß wir sind über die Hälfte weißt du das weil der Fall wo der Positionsfall gerade umgeswitcht ist von rechts auf links also wir laufen ja in Gegensätze Richtung hm also das heißt wir haben ein Viertel ungefähr ich habe ich habe einen Buck habe ich einen Buck wie sehen die aus ich will auch einen Buck so kleine Punkte die hier rum fliegen ich sehe die ja nicht das sah aus wie so ein Funke ja aber hier sind keine bei mir das ist das Problem ja ich habe da auch gerade nur einen zufällig gesehen ich habe eigentlich auf irgendeinen Viecher eingeprügelt ich laufe hier die ganze Zeit rum und schlag mit dem Bucknet um mich herum hi ich dachte du hast einen ja hab ich ja auch ja warum willst du noch einen ja weil du ja einen brauchst so so freundlich bist du ja dann halt nicht ne war ja nicht böse gemeint war ja oh menno du hast die Kiste schon wieder nicht geleert da bin ich einfach straight dran vorbeigerannt weil die leer war oder ja deswegen jetzt sag ich dir einfach mit ne ja ich habe es aber auch nicht leer gemacht weiß ich nicht da hätte ich jetzt ja das Abbau Ding wechseln müssen ne ich kriege keinen Käfer was denn los wie sehen die Käfer aus das war so ein Funke als ob da so ein Funke ist nein Inventar oder so ich habe kein Rössentimmer so ein Glas mit so einem Schmetterling drin was ne dumme Quest aber wahrscheinlich muss man die machen damit wir den Crafting Table kriegen ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall und wie ist das denn aber es ist immer noch nicht schnell ne dieses Abbauteil oh geht ne zu ein bisschen besser als gar keins hast du jetzt mal so ein Viech nein weil ich wisse woher raus die kommen wir sind glaube ich gerade schon wieder am Umrunden ne ja 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 hier steht ein Feuer ja meins das habe ich irgendwo mal in der Gegend gestellt naja kaum nervige Quest ach die Zaus vom Gegner sind lustig 27 Minuten später später sagt der Bader ich habe einen zweiten ok ist mir egal jetzt raus hier raus hier kannst du einfach mal ein Schiff hier stehen lassen bleibt dein Ziel dein, 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 es bleibt dir dein, es ist hässlich ne 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 willst du nur dein Klo mitnehmen ja ja falls ich mal muss wieso kann ich jetzt nicht hinfahren ich kann nicht hinfahren ach so wenn man es auswählen muss muss ich nachher draufklicken ey, ich will was? ich muss hier nämlich schon auf die Toilette au 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 weiter unten, weiter unten ist doch hoffentlich das was wir brauchen oder? Buckhunt, I hate finding bugs can you help me find some if you can catch a bug for me in a, in a bug net I can give you an iron crafting table to show you what, how to make it yourself ja ey, der will uns zeigen wie man es ja selber belachen kann ist doch nett das kenn ich schon in der Schule lernt man sowas nicht das musst du auch den Eltern erklären guck mal hier da gibst du so komisches Öl ja, für 500 Pixel, ne? mhm, ach guck mal das war schon immer so ne, cool jetzt kriegen wir da eine Quest ruckel ruckel Planet can make your coffee machine over here jetzt müssen wir Kaffee finden sollen wir jetzt auf mein Schiff gehen und bei meinem Schiff rumfliegen und deins hier stehen lassen an dem Geld war das, weil schade dass wir jetzt nicht hier hin fliegen können, ne? genau hier ja ja, wäre vielleicht besser als ich das ewige hin und her fliege also mit meinem Schiff jetzt ja, richtig ich will nur diesen crafting table irgendwo hinstellen stimmt erstmal gucken ich muss mal den Metall gleich momentan aufräumen was sagt eigentlich die Folgenlänge? ah, fast 30 Minuten da geht noch was man kann sich jetzt einen Compound-Bogen bauen was auch immer das ist diese modernen Jagdbögen mit den Umlenkrollen, da ein Forest-Planeten, sagt die alte, ne? die alte sagt Forest-Planeten, ne? der sagt's Iron Table Iron Anvil Iron Door ich guck grad, dass wir so ein neues craften können da wo überall Neue dran steht, ne? macht Sinn irgendwo, ne? ne ne, lustigerweise nicht Gunpowder und so konnte ich vorher auch herstellen ja, da steht bei mir aber auch schon länger nicht mehr neu dran bei mir schon Iron Bau, ich kann meinen Bogen nur verbessern grad mhm achja, Melting Station können wir erst schnell, ne? Metal Work Station 20 Steel Bar ach, jetzt diesen Compound-Bone den meintest du seh schon, Metal Station wie kriegen wir hat sich dadurch unser Ofen verbessert? ähm, weißt du was da lustig ist? ja ich hab den komischen Bug im Glas noch hätte sein können hätte, 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 hätte hätte, hätte hätte sein können, dass nur einer abgeben ist? weil wir in der Gruppe sind vielleicht, und warum hab ich Water? ich hab Wasser im Inventar, so Tropfen dein Schiff sieht fast aus wie meins alles übereinander gestapelt ja, platz spannend, ne? äh, kann man eigentlich jetzt alles um, äh, positionieren? weiß ich nicht das probierst du vielleicht mit deinen aus äh, ach ja das ist ein Faulersplanet hier, ne? ähm was? was hast du da mit meinem 3D-Drucker gemacht? was hast du hier doch mal suchen? ich geh in hier in die Richtung und denk dran, Kisten alles mitnehmen könnte hier was drin sein ich hab auch nur Tomatos 150 DPS wie? 150 DPS? es ist gefunden hahaha der hat schon wieder was gefunden, Leute da freut sich immer einer Kaffeebeans echt jetzt? ja wie viele? äh, zwei Stück Kaffeebeans wollen wir nicht trotzdem weiterlaufen machen? ja, einmal drum, oder? also, bis wir uns wieder treffen, oder? ja oh, ey, die leckt das grad, ne? die Sachen kommen gar nicht hinterher zum Aufheben hast du eigentlich zwei Waffen-Flots, irgendwie? weil du hast ja vorhin immer gewechselt hast L und R, ne? wie hast denn die gewechselt? ähm, mit X glaub ich wie ein Pilzdorf da steckt das ein dummes Arschloch was? wie bitte? ähm hast du auch ein Pilzdorf gefunden? ja da hab ich, wieso? weil dann hier dann zwei sind und das sind viele Pilze oh Gott, das ist aber leckt hart mich hat ein Gegner gerade gekillt also meine Umrandung hat sie gerade verabschiedet ach, warum leckt das Ding denn so? wanno voll uncool maul woppelkotze ich weiß gar nicht mehr wo der her ist woppelkotze? äh weiß auch schon was sagt mal irgendwas, aber ich weiß nicht woher alter, das Wich hat mich gewandet hatte ich volles Leben, ne oder? ich weiß es nicht ich hab nicht drauf geachtet ah, und schon wieder 30% Pixel weg ja, ich leider auch so was ich mit den Questen komm ich jetzt mal zu dir? ja, und dann kommst du zum Gate bin schon auf dem Weg ich warte aber vorher kurz da brauchst du doch den Kaffee von mir, ne? äh, ne ich hab's aber Kaffee ach so aber leckt das bei dir auch gerade selber? ja ok schade, dass man hier nichts verkaufen kann, ne? na, hier ist er nicht da oben ist ne neue Quest ähm brauchen wir da Zeug? ist das überhaupt der richtige? ich weiß nicht, ob wir die anpflanzen make me some coffee wie in se Kaffeemaschinen over there wo is over there? was? sie sieht auf wie in se Kaffeemaschine ach da wo is ne Kaffeemaschine? hä? du stehst davor geh weg wie jetzt das geht nicht ach so, dass du siehst Kaffee 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 guck ich habe zwei Tropfen Kaffee in den Mittag oh, es gibt eine neue Quest wie viel Götter der Planet glas oh Gott, das ist noch so ein Sandplaneten komm, lass uns immer schnell mal hier vorbeilaufen dann beenden wir die Folge und wir gucken eben schnell noch, ob hier irgendwo Questen rumlaufen zu so, sehe ich jetzt noch keinen hier unten hat so ein grünhaariger eins wo? da hinten, da hinten, da hinten du meinst du ein Opa da? ja 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 richtig ich müsste zwei Questen hast du jetzt ne? plus die Hauptquest ja Fehler ab ist das Glas Mock und coordinates and as you to breathe in space check it out if you can make yourself a set of steel armor genau free as a bird ist immer eine Quest an diesem unheimlichen Portal treffen wir uns uuuuuh 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 wir werden die Folge jetzt jetzt tschüss tschüss tschau